Willkommen zu jeder Menge Spaß. Trainiere dein Gehirn mit tollen Quizfragen aus allen Wissensgebieten. Viel Spaß mit diesem Spiel. Los geht's! Wie ist She-Hulk's bürgerlicher Name? Es ist Jennifer Walters. Ihr bürgerlicher Name ist Jennifer Walters. Sie ist die Cousine von Bruce Banner und in Los Angeles geboren. Wer spielt She-Hulk in der gleichnamigen Netflix-Serie? Es ist Tatjana Maslany. Tatjana Maslany wurde am 22.09.1985 in Regina geboren. Sie ist eine kanadische Schauspielerin. In welchem Comic war She-Hulk das erste Mal zu sehen? Es ist The Savage She-Hulk Nummer 1. In Amazing Fantasy Nummer 15 war der erste Auftritt von Spider-Man. In Detective Comics Nummer 27 der erste Auftritt von Batman. In welchem Superhelden-Team war She-Hulk? Es ist Fantastic Four. She-Hulk ist kein Mutant, somit auch kein Mitglied der X-Men. Wen unterstützte She-Hulk im Civil War? Es ist Tony Stark. Die Hauptparteien des Civil War waren Steve Rogers und Tony Stark. Letzterer setzte sich für die Registrierung der Superhelden ein. Wie wurde Jennifer Walters zu She-Hulk? Es ist Bluttransfusion. Gammastrahlen verliehen Bruce Banner seine Kräfte. Kosmische Strahlung verlieh den Fantastic Four ihre Kräfte. Was passiert mit She-Hulk, wenn Jennifer Walters hart trainiert? Es ist wird überproportional stärker. She-Hulk ist in der Lage über 100 Tonnen zu heben. Welchen Rang der Greatest Marvel Comic Characters von Comic Book Resources hatte sie? Es ist 18. Auf Platz 1 befindet sich Spider-Man. Auf Platz 2 befindet sich Captain America. Welchen Beruf übt Jennifer Walters aus? Es ist Anwältin. Sie besuchte die UCLA, wo sie ihren Abschluss in Jura mit Summa Cum Laude machte. Welcher Zeichner arbeitete an der Erstellung von She-Hulk mit? Es ist John Buscema. John Buscema entwickelte zusammen mit Stanley den Charakter She-Hulk. Wie lautet der Zweitname von Jennifer Walters? Es ist Sue. Manchmal wird sie von ihren Freunden Chen genannt. Mit wem hatte She-Hulk einen One-Night-Stand? Es ist Star Fox. Sie traf Star Fox, als sie den Avengers beitrat. Welche Farbe hatte She-Hulk außer Grün noch? Es ist Grau. Sie hatte zudem mal die Farbe Rot. Was ist das Lieblingsgetränk von She-Hulk? Es ist Great Knee High. Ni High ist ein aromatisches Erfrischungsgetränk. Mit wem war She-Hulk kurzzeitig verheiratet? Es ist John Jameson. John Jameson ist der Sohn von John Jonah Jameson. Wer war neben Howard the Duck und Night Hope mit ihr bei den Fiercem Four? Es ist der Frankensteins Monster. Die Fiercem Four bekämpften den außer Kontrolle geratenen Manfang. In welchem Jahr wurde sie in den Comics Mitglied der Avengers? Es ist 1982. Janet Van Dyne, The Wasp, bat sie, sich den Avengers anzuschließen. Die beiden wurden gute Freunde. Mit ihrem neuen Job als Superheldin gab sie ihren Beruf als Anwältin auf. In welchem Team war She-Hulk nicht? Es ist Alpha Flight. Alpha Flight ist ein kanadisches Team von Superhelden, das unter der Schirmherrschaft der kanadischen Regierung, Abteilung H, organisiert wurde. Was ist ihre Größe als She-Hulk? Es ist 2,01 Meter. Als Jennifer Waters ist sie 1,78 Meter groß. Wen ersetzte sie zwischenzeitlich bei den Fantastic Four? Es ist The Thing. The Thing besitzt ebenfalls Superstärke, daher war She-Hulk der perfekte Ersatz. Wie viele konntest du erraten? Lass es uns in den Kommentaren wissen.